Guten Tag, meine Lieben, da sind wir wieder mit einem Bericht aus Süda-Bravo. Moin, moin, liebe Sportsfreunde. Herzlich willkommen zu meiner Sportstudio direkt und live aus dem China-Zwiederstadion. Ja genau, wo ist denn der Fußball? Wie hießen denn die beiden Schiri? Koslowski? Nee, Koslowski ist der Polizist gewesen. Ja, ja, Hochbein und Koslowski, oder? Weiß ich gar nicht mehr, wie hießen denn die? Bernie Blindmann war der blinde Typ, der oh, oh, oh. Der Blinde ist auch der. Bernie Blindmann war der blinde Kerl da, der mit seinem Stock da fußvoll gespielt hat. Hochbein und, keine Ahnung. Schreibt da mal in die Kommentare, wie die Dings fließen hier. Hochbein war auch ein Polizist. Ja, ja, von Werner, ihr wisst schon, mit dem Fußballspiel, das Legendäre. So, wir machen weiter. Ja genau, wir sind hier wieder am Start. Machen wir eins, Lockhuns Blut, oder gehen wir rüber zur Sternenruhe, dass wir da den... Wir nehmen das Blut, liegt ja auf dem Weg. Okay. Ja, den Lockhund hab ich vorhin auch schon getötet, aus Versehen so mal. Und schon ist er unterwegs. Okay, weg. Moppet rumgerissen. Wo willst du hin? Achso. Ich fliege mal eben rüber. Ja, flieg doch. Flieg doch, flieg doch. Flieg doch hin da mit deinem... Scheißgaul. Genau, mit dem Drecksviech. Ich bin überhaupt nicht neidisch, du kommst doch auf den schmalen Pfad. So. Ach, guck an, wer da reingeritten kommt. Wer sind wir hier? Wo denn? Ist das Lockhuhn? Das war nicht das Lockhuhn. Aber Lockhuhn müsste hier sein, irgendwo. Der war ja nicht vorhin hier einmal. Ist das hier der Koffer? Warte mal, war das hier? Was denn? Was hat mich denn jetzt hier angekl... Ey, sag mal. Wer haut mich denn hier? Ja, hier ist wieder einer im Berch drin. Da ist er. Wo denn? Ach da. Hinter dir. Alter, dieses Feuertotum ist aber gar nicht laut. Oh, warte mal, ich nehm's wieder. Nein, ist doch alles gut, alles gut, alles gut. Der kann aber auch nix, wa? Und sterben. Wie so viele in WoW. Warte mal, haben wir das Blut? Ja, 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 warte mal, stopp, stopp, stopp. Wollen wir kurz gucken. Benutzt, bedeckt euch mit Locust Blut, um eure Respekt und eure Vorherrschaft zu signalisieren. Jetzt. Dankeschön. Jetzt bereit zur Abgabe. Ja, jetzt können wir halt stoppen. Zum anderen Fragezeichen, nach Norden gehen, äh, nach Westen, meine ich. Genau, da zum, zum Dingswald. Genau. Oh, Moment, ich ist grad beim Gewehr online gekommen. Was, Werbung? Ah, okay, alles klar. Ja, ich hab seit neuesten mal wieder mehr als drei Leute in meiner Liste, die online sind. Ich hab gerade verstanden, da ist ein Gewehr reingekommen. Der Gewehr hat bestimmt auch drin, weiß ich nicht. Müssen wir hier runter oder was, ne? Ne. Außenrum. Oh. Hat mein Ziegen-Arsch schon mal Hallo gesagt zur Schlucht, wäre ich fast reingerutscht. Oh, Erz, 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 Moment, ich muss klöppeln. Ah, so ne Sammelberufe sind doch echt, so könnte ich nicht sein, ja. Ich bin der Klöppel, Nico. So könnte ich nicht sein. Du bist der Klöppel, Nico? Ne, 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 ne. Da hier mit deiner Verzauberkunst nix geschissen kriegen, ey. Hey. Ihr werdet mir später noch auf Knie in Rutschen danken. Ja, versteht ihr? Ja, dass wir unser Geld wieder gekriegt haben von dir, oder was? Die Penner. Genau. Ja, aber es ist echt brotlose Kunst, echt mal. Das ist doch doof. Aber naja, ich will da nicht meckern. Ich hab dir gerade deinen Arsch gerettet. Mein? Ja, da war nämlich so ein weißer Bär hinter dir her. Weißt du, noch nicht mal dankbar ist er, also. Na? Dankbar. Dankbar. Wer heilt euch denn jedes Mal? Außer der Schamane. Ja? Denkt mal da drüber nach. Wo ist denn die blöde Frage, Ausrufezeichen? Hier. Da ist er. Die Olle steht hier mitten im Tisch. Im Gebüsch. Mitten im Tisch. So. Einmal umdrehen, Quest abgeben. So liebe ich das. Kannst du mal den Zettel darüber bringen? Ja, klar, Gebeer. Das ist so geil. Ja, klar, Gebeer. Du hast aber auch manchmal eine Kodderschnauze, Junge, oder? Das ist zu schön. Das ist echt zu schön. Ich liebe das, ey. Da kann ich mir echt vorstellen, wie deine Arbeitskollegen sich manchmal echt bepissend unterm Tisch zusammen... Oh, wo fliege ich hin? Ich will da nicht hin. Was? Ach, scheiße. Wo fliege ich mir jetzt hin? Ach, kacke. Einfach nur keine Ahnung. Ich sitze hier auf irgendeinem komischen Viech und fliege jetzt hier irgendwo in der Gegend rum und muss hier irgendwas abgeben. Ich denke mal zum Würmeru-Tempel. Ja. Nee. Ich fliege hier irgendwo. Da kehrt der Oberkommandant. Weißt du denn? Wo habt ihr das angenommen? Na hier bei diesen Elfenfritzen da irgendwo. Ja, aber wo? Ach, da steht noch einer im Bau. Ach nee, der liegt. In irgendeinem Zelt liegt irgendwas auf dem Tisch, glaube ich. Das ist die Quest Oberkommandant Heilfraud-Wirum-Bahn. Genau. Ja, aber wie kann ich denn da hinfliegen? Wo seid ihr denn weggeflogen? Na einfach, wenn du die Quest abgibst, dann startet da so ein Flugvogel, wo du dann drauf sitzt. Ach, Hilfe, jetzt geht's los. Siehste. Ich komm auch. Jetzt geht halt los. Das war so geil. So, gleich mal annehmen hier, Flugpunkt. Gib mal den Zettel da hinten ab. Jo, komm, gib her. Das ist doch wahr. Ich stelle es mir gerade fettlich vor. Ehrlich, ey. Wie der kleine Zweck da ankommt und sagt... Und der erst mal den Zettel aus der Hand reißt. Es gibt da Scheißteile, ey. Genau, komm mit dir. Wir haben eine ewige Zeit. Ja. Die kriegt dann noch nicht mal mit, weil du so klein bist und der ja durch die Beine laufen kann. Ja, und die denkt sich dann oben, einen Zettel verloren. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, und dann mal jetzt hier. Hilflose Dorfbewohner. Questen wir jetzt eigentlich hier gleich weiter, oder wie machen wir das? Ja, können wir, können wir, können wir jetzt doch scheißegal. Wo fliegt der jetzt hin, ey? Der fliegt ein bisschen. Warte mal, hier oben ist noch irgendwo eine Quest. Gott, ich kann nicht mehr. Oder? Ach, hier müssen wir, hier müssen wir den Brief abgeben. Ja, du fliehst da hinten bloß in diesen Blöden. Oh, nein. Der Pferdezettel. Geil. Oh, mega geil. Was haben wir denn jetzt hier? Ach, da. Dorfbewohner gerettet. Bleib doch mal, ey. Du hättest doch auch da landen können, du blödes Missteil. Nein, nein, das muss erst zum Flugpunkt. Ach, kenn das. Ich kann nicht mehr. Ich muss da wieder runter wackeln, ey. Ach, hier ist noch eine. Hier oben ist noch eine Quest. In der Burg. In der Burg drin. Wahrscheinlich wieder die alle aus der Feder des gleichen Architekten stammen. Ach, nee, Quatsch. Der steht diesmal hier im Hof. Sehr schön. Halford. Ist aber auch ein geiler Name, ne? Jo. Halford. So, und wieder. Das ist... Urig. Also Spacknamen hier. Die Wälzerle, ich mach das. Genau. Geil. Das ist ja mega geil. Ich komm nicht. Kinder, was machen wir denn jetzt eigentlich? Machen wir hier die Quest. Wo seid ihr? Ach, da hinten. In der Burg. In der Burg ist auch noch eine Quest. In der Burg ist auch noch eine Quest. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir zurückfliegen, Hafen Moakie und da die Quest abgeben und Sterneru weiterfliegen oder was machen wir? Oder wollen wir hier questen? Also wir haben noch zehn Minuten auf dem Tag. Jo. Ähm. Der Flug allein schon hier hin hat ein bisschen gedauert, ne? Hm. Jo. Was ist denn, wenn wir... Willi, hast du dir jetzt die Quest abgeholt aus der Burg? Ja. Okay. Wenn wir die Dorfbewohner retten. Also hier bleiben quasi, ne? Im Osten. Die Dorfbewohner im Osten? Mhm. Na gut. Können wir auch... Ne, klar, können wir machen. Dann lass uns mal ein paar Aussis retten. ein paar Aussis uh, was ist denn hier, ein rachsüchtiger Spuk wo die Katze ähm wo sind die scheiß Dorfbewohner äh, oh oh die sind da hinten, hier ist doch schon einer gefangener Dorfbewohner, hier, da ist ja einer drinnen der wird hier gerade von einem Typen angegriffen Ja, jetzt kommen sie wieder alle auf einmal in die Sacken. Mhm. Okay, die musst du einfach nur anklicken, dann hauen sie ab. Da ist auch noch einer im Haus. Hat der gezählt für euch? Nee, der hat nämlich nicht gezählt. Das sind doch nicht die richtigen Dorfbewohner. Nee, sind sie auch nicht. Nee, wir müssen hier in die Burg runter. Warte mal. Okay. Doch, hier auf der kleinen Karte markiert, Mensch. Ja, dann hätte er sein können. Hier müssen wir runter. Alter. Hilfe. Oh Gott, zu wenig Sauerstoff. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Oh Gott, nee. Ey, was ist denn hier los? Ja, na, ich kann ja noch nicht fliegen. Ja, getümmel. Du kannst nur noch nicht fliegen. Haben wir immer noch kein Geld bekommen hier? Kein Spielgeld? Was passiert? Alter. Instant getümmel. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt dürfen wir uns hier durchprügeln. Oh Mann, hirnloses Geschöpf. Oh Mann, hirnloses Geschöpf. Da bedienet man oft welchen in der Stadt davon. Oh ja, nicht so selten. Ähm... Wo sind die denn? Wo sind die denn? Sind die hier Insel? Ach, warte mal. Nein, stopp, stopp. Ach, ich Idiot. Was ist denn jetzt? Man muss diesen Typen anquatschen, von dem wir die Quest haben. Und der schickt uns dann irgendwie auf den Flug, auf den Flug, äh, Dings Mittelkirchen. Und dann müssen wir per Pfeife, äh, zusehen, dass wir die da rankriegen. Äh? Äh, ja, wir müssen zurück. Vergiss es. Nee, warte mal, warte mal. Nein, 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 nein. Benutz die Pfeife und spring dann auf den, auf den Vogel. Ach so. Auch gut. Yeah. Okay, und wo sind jetzt diese blöden Dorfbewohner? Die laufen da so rum. Ganz wirklich. Die sind, die ganz flit rumlaufen, das sind die. Müssen wir die einzeln, ähm... Äh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, komm her. Kann der den Dorfbewohner jetzt mal mitnehmen? Danke. Wie macht er das denn? Wie macht denn ihr das? Ihr müsst an die Dorfbewohner ran. Ah. Und die einmal anklicken. Kann man, kann man da mehrere mitnehmen oder nur einen? Äh, ich, äh, glaube... Na, komm. Hm. Nee, ich glaube, nur einen war das. Ich mag mich daran erinnert zu haben, dass ich hier mehrmals rumfliegen musste. Hin und zurück. Er ist ja wohl wieder gepatcht da. Wo setzen die die denn, wo setzen wir die denn dann ab? Oben? Ja, wieder oben. Wir müssen dann zurück, jajaja. Okay. Oh, ist er bescheuert. Ja, schieß mich ruhig an. So, Dorfbewohner absetzen. Ach, und Segeln geht ein bisschen schneller, all klar. Benötigt Greifenstation. Wo ist die denn jetzt nochmal? Alter Verwalter, ey. Was musst du hier rumfliegen, du? Wo ist denn jetzt die? Ach, da oben. Wo? Ach, da. Nee, ernsthaft jetzt? Dann müsste er in die Greifenstation, müsste er dann wieder fliegen und dann müsste er den dann absetzen. Und dann können wir wieder runter. Boah. Okay. Ah, warte, ich bring gleich den dritten mit. Moment. Ah, cool. Das zählt für uns alle, ich bring den dritten mit. Wartet. Ja, das zählt doch sowieso für alle. Echt? Oh, cool. Wä, brauchen wir nicht fünf? Ja. Eben. Also, wie finde ich die Steuerung ein bisschen seltsam, muss ich ja mal ehrlich sagen. Drei von fünf. Ja, genau. Sehr schön. Aber weißt du was, dann bleibe ich gleich hier, flieg mich nochmal los. Nö, kannst du ja ruhig, genau. Boah, jetzt nimm doch den scheiß Dorfbewohner mit, du Kackgreif, ey. Okay. Okay, Billy hat einen, dann bring ich jetzt den letzten mit. Jetzt hab ich sicher so einen fetten Elfen. Junge, setzt, warum setzt denn der nicht auf? Ah, jetzt, okay. Blöd, Mann, der. Der darf sich nicht bewegen, ne? Ja, ja, ich hab's gemerkt, ja. So einen fetten Elfen, guck mal, wie der hier hinten auf dem Hintern von meinem Greifen sitzt. Und der rutscht da gleich runter. Oh fuck, ich bin in die falsche Richtung geflogen. Vier von fünf. What the fuck, Alter, jetzt hat mich dieser Drecks... Ne. Dieser Drecksgreif abgeworfen, echt. Ne, ich hab aber nur drei von fünf. Wieso? Ja, da wart ihr zu weit weg. Ja. So. Ich hab, ja, drei von fünf. Ne, aber meinen, den ich jetzt gerade abgesetzt habe, der hat gar nicht gezählt. Aha. Ich hatte vorher auch drei von fünf. Also, ich hab jetzt vier von fünf. Seltsam. Also, ich bring jetzt gerade meinen vierten mit. Aber es hat auf jeden Fall auch gezählt vorhin. Ich hab's ja gemerkt. So, jetzt nehme ich nur mal einen auf. Also, dass auch die von euch für mich gezählt haben. Ja, das auch. Und dann hatte ich drei von fünf und dann hab ich noch einen abgeholt und den hat er nicht mitgezählt. So, jetzt hab ich vier von fünf. Ja, jetzt auch. Und jetzt bring ich noch einen mit. Fertig. Fertig, fertig. Ich hab fertig. Okay, warte, dann setzten noch ab. Ja, fünf von fünf. Genau, hat gezählt. Cool. Super. Und greif. Dann können wir dir noch abgeben, wie ich weiß. Und dann ist Ende, hast du gesagt, ne? Äh, naja, zwei Minuten haben wir noch. Ja, komm, egal. Was kann ich für euch tun? Was willst du in den zwei Minuten noch groß reißen? Och, wir konnten uns ein bisschen unterhalten, ne? Ne, war ein Spaß. Unterhalten? Na ernst. Was, sagen wir? Na ja, unterhalten? Hä? Was? Ne, mein Wecker hat sowieso grad geklingelt. Ich muss mal kurz meine Antibabypillen nehmen. Von daher, passt das gut. Na und, die hier unten können wir noch abgeben. Ah ja, genau. Richtig. Ja, 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 ja. Die alle hier in der gleichen Hut. Schon wieder Handschuhe? Hoffentlich ist da jetzt mal was ordentliches dabei. Achso, und jetzt muss die Aussicht hin. Oh. Na, wieder schlechter als das, was ich hab. Drei, drei, vier, drei, vier, vier, Schuhe. Nimm ich halt die Schuhe zum Verkaufen. Oh, okay, rachsüchtige Spuke töten. Dann, ah, hier ist noch eine Quest, guck mal. Hier drin. Da kommen ganz viele jetzt noch. Ja. Okay, und da hinten können wir auch noch eine abgeben. Auf dann. Meine Güte, was ist hier los, ey? Ja, guck mal, so kriegen wir auch noch die zwei Minuten rum. Irre. Klaus, Alter. Hier können wir gleich eine abgeben. Wer bist denn du? Ein Sprenggnom. Hi, wie geht's? Hi, wie geht's? Alter, was ist denn jetzt hier los? Hier ist grad ein Questknoten geplatzt. Das liegt frei mit euch. Crazy. Noch einer ohne Fahrschein hier in der Hütte. Ist auch noch was. Gucken, komm ich mit meinem Kuchen durch die Tür. Ja. Oh, ja, hier hängen, hier hängen. Jung, ne, Junge. Hier hängen noch. Oh, gesucht. Mein Gott. Oh, drei Stück. Geil, oh Mann. Ja, jetzt geht aber ab hier, ne? Ha. Die Schmiedsgatze, du. Zack, Questbuch voll. Naja, fast 13 von 25. Naja, nu. Oh, hier gibt's doch bestimmt noch einen Koch, oder? Wie er gleich loswuselt. Nee. Oh, Koch. Nee, gibt's keinen Koch. Okay. Jo. Eisdorn brauch ich. Und das kann ich noch nicht, weil ich noch nicht genug... Äh. Ich setz mich hier mal hin. Ich muss noch mehr Goldklee sammeln, irgendwann mal zwischendurch. Dreh dich bitte einmal um, Virgin. Einmal, ja. Hm. Dein Schild ist natürlich auch sehr, sehr geil, schön rosa. Achso, ich dachte, du guckst mir gerade auf den Arsch. Nein, da ist da der Umhang drüber, Mann. Da sieht man noch nicht. Aber hab ich nicht einen geilen Helm? Was? Guck mal meinen Helm an. Ich find deine Schulterstücke ziemlich geil. Ich krieg überhaupt keine Luft mehr. Und dann den Knopf da oben drauf. Ja, das ist der... Das ist, ähm... Quasi sockeln kannst du dann so eine Rundumleuchte. Ja, und ich komm gar nicht mehr... Ich komm überhaupt nicht an meine Fressleiste ran. Wie bei Dings bei... Wie hieß der? Äh, und ich unverbesserlich. Bidu, bidu, bidu. Und atmest andauernd deinen eigenen Schmodderatem wieder ein, den du ausstößt. Ja, tschüss. Nach dem Zwiebelfest hier. Uh, lecker. So, Nico, sag was. Ja, Folge zu... Wieso, ich? Folge ist zu Ende. Ich hab hier nicht die Ansage gemacht heute. Achso, bin lieber, ne? Nee, ich bin die Ansage. Achso, na dann. Ja, wir sind zu Ende wieder mal, ne? Genau. Jetzt sitzen wir hier gerade in der Kneipe, trinken uns jetzt lecker ein Bierchen und dann... Ja, würde ich sagen, in diesem Sinne, ab in den Rinnen, ne? Tschüss. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hauen sie rein, hauen sie rein. Ciao. 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 Vielen Dank.